Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und dem Daniel auf der mittleren Map unterwegs und wir hatten eine sehr sehr aufregende und spannende Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Warte rein, viel Spaß. Keinen gesehen da hinten. Ich auch nicht, aber ich habe auch nicht geguckt. Hier ist Boss. Wohl den Clou noch. Immer ein Feuer suchen. Ja, ich habe hier eine Lootlinie. Nein! Wo wirfst du die denn hin? Wo hast sie denn jetzt hingeworfen? Ich bin der Maus an die Tastatur gekommen. Ich kann dir sagen, wie es passiert ist. Alles gut, alles gut. Ich habe links selbst gehört, wollte nach links schauen und in dem Moment fahre ich halt mit der Maus nach links und komme an die Tastatur. Aber du hast sie halt auch noch losgelassen dann. Ja, weil ich mit der Maus in der Tastatur wieder weg bin. Wow. Eija. Scheiße, Mann. Alles gut, den kriegen wir auch so. Den kanalisieren. Hier ist ein Säckchen. Ja. Was noch weiß, hat keiner geguckt. Ich habe nicht geguckt. Hier ist noch ein Säckchen. Oh, hier hinten ist ja keine Tür mehr. Doch. Bleib mal bitte stehen. Da habe ich die Stick gegen geworfen. Da hast du die Sticky dagegen geworfen, ja? Nicht dagegen, aber daneben. Dahin habe ich sie geworfen. Hat gereicht. Bin ja schon im Fitnessstress. Soll ich dir ein Foto schicken, Jan? Alter Daniel, halt doch mal die Klappe jetzt. Ist ja fürchterlich mit dir. Aber wirklich genau in dem Moment. Nehmt ihr auf? Ja, leider geht der Plan nicht auf. Äh, Südwesten. Ja, ich habe die vorhin schon gehört. Aber nichts gesagt. Doch. Doch, doch. Echt? Ja. Okay. Hala. Oh, ins Licht gucken ist kacke. Oh ne, das meint nicht. Nein, mein schönes Fuß. Ja, mit den Doppelfallen, ne? Ja. Ja. Boah. Einer auf dem Dach? Ach, die können die Scheiben zerschießen? Oh, du warst offen. Ich habe aufgemacht, ja. Einer auf dem Dank an das ist. Ära Hände sitzt wochen. ebenso gut. Lauf doch weiter, du Kackbock. Kann jemand den Gaul erschießen? Ich weiß nicht, wo der ist. Oh nein, ich... Was ist warm? Sprengscheiß, ich muss los. Ich hab jetzt keine Heilung gesehen, ne? Nicht schlimm, ich hab Doktor. Kommt, glaub ich, links ran. Was? Ich glaub, da kommt einer ran, links. Aber ich kann mich auch täuschen mit den Schritten da. Hm, ich hör den aber auch. Das ist Spreng, Otto. Pass auf. Ja, die sind immer noch. Der eine ist an einem länglichen Gebäude drüben, einer links zu einem Käfig. Höher. Aber der hat nicht ewig Muni, ne? Außer er hat halt Kisten dabei. Der wird Kisten dabei haben. Hö, Kasse. Scheiße. Hast du die nicht genommen? Hab die nicht gesehen, ich hab nicht drauf geachtet. Ich hatte doch gesagt, mit den Toiletten. Ganz am Anfang. Hab ich nicht mit... Was ist denn? Du bist ein Lochmutter für die Leichen gleich. Ja. Kommt ein anderes Team, das ist die Bounty, ne? Oh. Ja, die sind im Blend. Ja, das ist okay. Wir haben die jetzt erstmal Beef. Dann warten wir. Wir snacken dann die Lohn weg. Entweder die Puschen jetzt, wenn sie das sehen, oder... Keine Ahnung. Wieso sollen sie den Puschen? Ah ja, weil es dann im Sandwich sind, wenn sie nichts machen. Nee, nee, die Puschen nicht. Ich trau mich halt nicht, oben raus zu gucken mit dieser... Würde ich jetzt sowieso nicht machen, wenn das zweite Timon noch da ist. Ja, lass die doch erstmal kämpfen jetzt. Mann, Millimeter oben drüber. Mann, Millimeter oben drüber. Wo ist Spreng, Otto? Die anderen sind jetzt hier auf der Rückseite. Ja. Ich habe gehört. Das heißt, die müssen jetzt, bis sie sich bewegen da. Okay. Links kommt jetzt rum. Nein. Haben die auch Sprengscheiße? Die haben auch Sprengscheiße dabei. Nein. Noch eine. Oh, hallo. Jetzt ist mir die Tür aufgesprengt. Haben wir doch gut getan, dass wir die Muni da auf jeden Fall mal weggenommen haben. Wenn jetzt zwei Teams da sind. Oh, Achtung, könnte gefährlich werden. Mama mia. Nate, unten rein, Daniel. Ja, okay. Ja, die ist aber nix für mich. Ach, du scheiße. Hä, wo ist denn die gekommen? Oh, das war ne dicke. Aber wo kamen die denn rein? Oben war ne... Äh, wo? War keiner drin, oder? War keiner drin. Nee. Hä, aber wo kamen jetzt gerade die Nate rein? Könnt ihr mir was sagen? Bounty, ich versuch's mit Schlange. Hallo, bin ich noch da? Weiß ich nicht. Okay. Sind zwei im Südosten, einer Nordosten, einer Norden. Ab die Bounty. Nice. Undere Sprengscheiße sitzt hier auf dem Dach. Wir haben gleich kein Healer mehr. Ich hab noch alles. Ich hab noch alles. Ich hab vier verwendet. Zwei, zwei Sprit, drei Sprit. Ich dachte gleich. Nate, 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 Nate. Nate, 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 Nate. Die ist schlecht geworden. Wow, wow. Au. Nur zwei Mann im Osten unten. Bin nicht getroffen. Vielleicht sollten wir nicht so viel pieken und die erst mal machen lassen da draußen. Das sind nur noch zwei. Okay. Hat Sonja gerade gesagt. Dahinter ist einer. Hat Hit. Den hab ich... Hä? Das war nochmal ein anderer. Ich mich nicht mehr voll bei. Lieg oben, Jan. Ich heil dich. Komm her. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich hab Gocto. Ah, das war doof, Sonja. Ja, heb mich mal bitte. Du bist voll. Wenn die Schlange haben sie in die Bounty weg. Ja. Diesmal am besten. Ach Mensch. Einer muss nicht abreden. Ich hab sie. Ich hab sie. Okay. Ja, okay. Dann können wir mich jetzt. Okay, okay. Wo denn? Auf dem Dach. Was? Ja. Ja. Unten, unten, unten. Du bist noch einmal heilen. Ah, jaja, kann ich. Warte. Bleib mal. Nö. Komm hier hinten hin. Ich versuch's. Ja, ja. Kann eigentlich nichts passieren. Jetzt ist eh egal. Bin auf dem letzten Balken und wir haben die Bounty. Bin auf dem letzten Balken und wir haben die Bounty. Ist die Frage, ist Sprengauto tot? Wenn wir heben unten? Steck. Ja. Held. Held. Danke. Wie kommt man 70 nur noch? Der eine ist da hinten drin. Ähm, da wo die anderen vorhin waren. In dem Gebäude. Ich hab ihn gehatet, aber ich glaub mich erwischt die. Nee, mich erwischt sie nicht. Aber er hat hitet. Er ist low. Mann! Was ist denn das? Was ist denn das? War das knapp? Nein! Hat es? Ist er tot? Weißt du nicht? Nee. Ist er nicht. Ist er nicht. Nee, es sind noch beide. Jetzt geht mir die Muni aus. Hier, ich hab eine Kiste. Oh geil. Danke. Aber hier unten ist noch Muni überall. Da! Lass mir die Kiste, ich hab Special Muni. Ja, jetzt hab ich natürlich nicht im Spiel geachtet. Ja, es war egal. Ich könnte mich heben, ich lieg hinter was. Ja, auf dem Dach und unten links. Du musst doch ja dann... Ja. Lolo down? Jawoll, ähm, Double Tap war das. Ach! Da unten ist noch jemand und auf dem Dach. Kommt rüber. Ich würde versuchen mich zu heben, ne? Dann musst du mich heilen, Daniel, ja? Bitte? Dann musst du mich heilen. Ja, ja. Na, okay. Ja, die sehen die Bounty, macht keinen Sinn. Komm her, ich hab ne große Spritze, die kriegst du jetzt. Das ist mein Letzte. Ja. Ich hab halt noch Heilung ohne Ende, ne? Aber ich bin halt tot. Man könnte das Fenster smoken. Warte mal. Warte mal. Daniel, die sehen nicht die Bounty. Sie ist down. Warte mal, die sehen nicht die Bounty. Kannst du mich jetzt auch heben? Warte mal. Sie ist nur noch weit. Ich weiß nicht die Bounty. Die Bounty. Die Bounty. Ja. Einmal heilen. Habe ich nicht gerade eine Bounty aufgenommen? Ja. Wieso habe ich keine Sicht? Mann... ...ist mal da unten sitzen geblieben. Habe ich eine Bounty? Flasch? Flasch? Blind, blind. Auch noch Flasch. Ab einem. Schön. Auf dem Dach. Mann, die laufen immer so, dass ich sie nicht sehe. Gehen die Leiter hoch? Die wollen wahrscheinlich retten. Ist gerätzt. Oh! Nein. Auf sieh. Schön. Die auf dem Dach, hier? Ja. Die geht wieder... Da geht eine andere jetzt hoch. Habt die auch? Ich gucke, wo der letzte ist. Wo ist der letzte? Da, in Ordnung. Auffassen, dass ihr die nicht schiebt. Nur noch 50 HP, aber... egal. Guckst du noch mal? Immer noch da. Geht? Ja. Nice! Ich hab Gaia. Ja. Sag mal, jetzt mal ne Frage. Hab ich nicht ne Bounty aufgenommen? Ja. 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 Aber wieso hatte ich keine Sicht? Weil du sie von mir aufgenommen hast. Ja. Ich hab ja von dir auch Bounty aufgenommen. Und ich hab die Sicht auf 5 Sekunden. Ja, da hast du Gaia. Ja. Da hinterlegen zwei. Oh Gott. Ja. Geh mal. Geh mal raus. Oben. Gevögelt es. Nur da in der Hand, ja? Geh mal weg hier. Ich steh mich einmal in diesem Moment, dann passiert nichts. Geh. Geh. Die Runde war hammer sensationell. Sensationell. Ne, ist nix da. Sorry. Alles gut. Ach Gott, guck mal, wir haben ja nur mit dem einen Team die ganze Zeit gekämpft. Was ne Runde. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr nervenaufreibend, auch wenn wir nur mit dem einen Team da zu tun hatten die ganze Zeit, weil die haben sich da unten gegenseitig weggemacht. Ich bin so froh, dass die Sprengscheiße weg war, weil die ist immer schwierig zu fighten. Ich spiel die zwar auch ab und zu mal, aber ja, ich spiel nicht gerne dagegen. Kennt man ja. Ähm. Zunächst mal hat Sonja sensationell gemacht. Ähm. Vier Leute weggeholt. Den einen, den haben wir getu-tab, den hab ich erst angeschossen, dann hat ein Sonja gefinisht. Da hab ich dann Sonjas Kill nicht mit reingeschnitten, weil so hat man es ja auch gesehen, dass sie ihn geholt hat. Ähm. Daniels Kill hatte ich leider nicht, dem sein, ähm, das hat irgendwie nicht funktioniert bei ihm. Sehr, sehr schade, weil den Kill hätte ich auch gerne gesehen und wahrscheinlich ihr auch. Aber wisst ihr, was übel ist? Dieser Bug. Also das geht eigentlich gar nicht. Voll furchtbar. Ich wusste, ich kannte den zum Glück noch nicht. Also heißt es, den gibt's wahrscheinlich nicht so oft, aber wahrscheinlich ist es so, wenn man von der Maid die Bounty aufnimmt, dass dann, dass man keine Schattensicht hat oder so. Also vielleicht ist es nicht immer so. Man weiß es nicht. Aber, ähm, es ist halt unfassbar nervig. Ich dachte, hä, das kann doch gar nicht sein. Hat da jemand mit Schlange vor mir die Bounty vielleicht, ähm, stibitzt? Und ich hab ja auch nicht gesehen, dass ich die Bounty hatte, beziehungsweise ich hab's schon gesehen, dass es oben links blau war. Aber, ähm, ja, super ärgerlich aufgenommen und keine Bounty wirklich gehabt. Mega blöd. Aber Sonja hat ja Gott sei Dank noch Sicht und, ähm, Sonja hat geregelt in dieser Runde. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ähm, ich bin heute Mittag ab 14 Uhr auf Twitch wieder live. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ähm, 1049.de, wie hier auf YouTube heiß ich darf, findet ihr mich ganz schnell. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Schon mal gesagt eben, sorry. Ist schon wieder viel zu spät. Ich, alter Schluri, ich schneide immer viel zu spät die Runden. Wir haben vorhin, ähm, ein paar Runden Counter-Strike gespielt. Da bin ich noch am überlegen, ob ich das tatsächlich schneiden soll und hochladen soll. Diejenigen, die jetzt noch drangeblieben sind und das mitbekommen, könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf Counter-Strike hättet. Ähm, waren lustige Runden. Daniel hat mitgespielt, der Philipp hat mitgespielt. Weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Flip-Flop. Ähm, Enz hat mitgespielt und der liebe Dose hat mitgespielt. So. Und jetzt, ähm, denkt an mein Teamsweek, der ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben wir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber Teamsweek, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server, etc. sucht. Seid da eine Bomben-Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Guckt's euch mal an. Ich bin super begeistert. Ähm, unten ein Link und zwei Rabatt-Codes. Unser Discord ist unten verlinkt. Ähm, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9.30 Uhr auf YouTube. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.